du holst dir die ist da oben ich sehe sie die ist weiter hochgeklettert wie kriegen wir sie jetzt soll ich nicht dann machen damit du besser siehst okay warte du siehst du wahrscheinlich sogar besser oder okay okay warte ich wie machen wir das den am besten ich heb dich einfach hoch kannst du da nicht hoch springt das doch nicht so viel nee okay warte oben oder was krass ist es einfach viel heller geworden diese komische kamera ja ich glaube das ist besser papi macht das jetzt okay er kommt und hebt dich hoch ich habe nämlich auch angst vor dieser schnack kannst du kosmo da hochheben ja später kuschis da da hoch ja doch hat ja aber er kommt da nicht rein ich komme da auch nicht rein na los kosmo jetzt musst du dich ein bisschen anstrengen echt was machen wir denn jetzt so kriegt hat sie doch keine schnack kosmo sei bereit guck mal ich bin das jetzt an hier oben und dann fliegt es und muss es fangen solange es unten ist ok kosmo hallo du gucken hier es funktioniert nicht doch es funktioniert jetzt guck mal da jetzt kommst du doch dran du musst doch nur auf dieses fenster springen ja wie immer jetzt können wir auch den leuten zeigen dass du von alleine auf dieses fenster springen kannst mach doch siehst du da jetzt kommst du ran einfach mit der pfote ja einfach fast fast hättest du ihn gehabt jetzt ist er wieder unerreichbar warte ich pikse ihn wieder an ja fast hast du es hast du es hast du es schön guter einsatz er hat ihn gegessen ja das sind ja auch so die einzigen tiere die diese katzen fangen können und sie essen alles was größer ist als eine schnake wird nicht mehr angefasst sehr gut das hast du gut gemacht hat es geschmeckt